Okay, nice. Gruppellos. Die Nuke ist halt vielleicht schon wirklich möglich. Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Und heute spiele ich wieder deine Klasse. Gestern habe ich es ja leider nicht geschafft, ein Video aufzunehmen, weil gestern Muttertag war und ich den Tag einfach auch mal meiner Mutter ein bisschen gewidmet habe. Und deshalb holen wir das heute nach, denn der Ivo A hat uns eine Klasse vorgeschlagen. Die wurde mit 143 Daumen nach oben bewertet, werde ich natürlich auch hier einblenden. Und zwar spielen wir die HVK mit LV, schnell ziehen, schafft, eine Schockladung sollen wir mitnehmen. Dann noch Nachbrenner, Plünderer, flinke Hände und Strahldämpfer, Drohne, Konterdrohne und Haytown. Und wir sollen versuchen, mit dem Übersteuerungsruin eine Nuklear zu erreichen. Ob wir das schaffen, wird auf jeden Fall ein bisschen fraglich bei den Lobbys aktuell. Ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne wieder eure Klasse in die Kommentare. Alle 10 Punkte dabei schreiben, den Specialist, die Scorestreaks. Und gebt auf jeden Fall gerne der Klasse, die euch am besten gefällt, für den nächsten Sonntag einen Daumen nach oben, damit ich die Klasse mit den meisten Daumen nach oben am nächsten Sonntag spielen kann. Ich würde sagen, wir suchen jetzt und let's go. So, ja, dann spielen wir jetzt mal eine Runde TDM, weil man Herrschaft mal wieder natürlich nicht finden kann auf dem PC. Obwohl Double XP ist richtig nice. Natürlich wird jetzt heute, ich spiele da eine Klasse nachgeholt. Der Ivo A hat uns ja hier eine wunderschöne Klasse gemacht. Ich habe auch schon ein bisschen damit gespielt, muss ich sagen. Es ist ziemlich schwer, ohne schnelles Magazin mit der Waffe zu spielen. Aber mal schauen, was damit so geht. Ich werde wahrscheinlich absolut keine Schockladung werfen, weil ich es eh immer vergesse. Und ja, TDM muss es halt jetzt richten. Und da hoffe ich doch mal, dass die Runde jetzt hier ganz nice wird. Ich komme auch gerade straight von der Arbeit und nehme natürlich jetzt hier auch extra noch schnell ein Video auf, damit ich hier euch natürlich auch ein Video geben kann. Jetzt gucken wir mal, dass die Gegner jetzt hier vielleicht mal irgendwie in die Mitte kommen. Noch B oder so, das wäre halt schon ziemlich nice. Oder die kommen hier außen über den Tunnel wahrscheinlich wieder, ne? Hinterlaufen hier, easy. Guck mal, holen wir uns den mal hier schon mal schön weg. Da kommt noch einer. Ich habe den gesehen. Aber da auch nicht. Wenn wir hier eine Drohne haben oder so, dann finde ich das schon ein bisschen cooler. Dann läuft es. Oh, da ist einer. Alles klar. Okay, da gehe ich dann mal weg. Auf jeden Fall. Da war noch einer auf jeden Fall. Komm, den holen wir uns jetzt aber. Das musste ich jetzt machen. Der hat halt angebissen. Dann müssen wir uns den halt auch holen. Okay. Also wir sind schon 200 Punkte vor Drohne. 3 zu 0. Ey, wir sollen ja übrigens ein Nuklear hier erreichen. Ich weiß auch nicht, was der Ivo A da gedacht hat. Oh, ho, ho, ho. Da habe ich auch Glück gehabt. Oh, nice. Da oben war noch einer. Okay, perfekt. Hunter Drohne am Start. Drohne. Irgendeiner ist ja auch bei mir im Team schon wieder. Was ist denn da schon wieder los? Alles klar. Meine Waffe ist einfach leer. Oh mein Gott, Alter. Habe ich da getried jetzt. Kommen die jetzt wieder hier durch den Tunnel oder was? Ja, wahrscheinlich. Ich habe Übersteuerung. Dann nehmen wir das mal. Oha. Oha, hat der geschluckt. Aber ich auch. Aber ich auch. Okay, Tunnel oder was? Ich bleib einfach hier. Alles klar. Dann gib mir den Hitmarker mit der Sniper. Nice. Oh mein Gott, Alter. Wir sind auch gnadenlos. Okay, das ist schon mal ganz gut. Ne, da habe ich ein bisschen Angst vor dem. Okay, wir sind 30 vor Hater jetzt. No, no, no scheiß machen hier so. Okay, die müssen doch hier bestimmt wieder in den Tunnel reinkommen. Komm, ich headlitch jetzt einfach. Die dürfen eigentlich nicht hinter mir spawnen, weil... Ah, hier ist noch ein Teammate. Okay, komm, wir gehen mit dem mit einfach. Komm, wenn wir den Hater haben, dann läuft. Dann haben wir wenigstens mal einen Überblick. Nice. So, perfekt. Jetzt geht die Party hier nämlich richtig ab. Können wir schon den einen oder anderen Sniper hier wegholen? Nice. Als ob ich da jetzt zwei Hitmarker bekommen habe. Aber wir holen uns die beiden hier hinten. Die sind afk. Komm, ich boxe ihn einfach. Jawohl. Oh, da ist einer mit Pumpgun. Okay, nice. Okay, Drohne wieder raus. Ey, wie schnell haben die denn jetzt bitte meinen Hater gegeiert? Und warum ist die Munition bei der HVK eigentlich so übertrieben schnell leer? Ja, komm, wir gehen ja durch den Tunnel. Okay, nice. Grupellos. Vor allem, er dreht sich einfach um. Wahrscheinlich hat er auch wieder den XM53 oder so am Start. Er hat nicht mal Munition hier liegen. Ich habe neun Kugeln. Und ich brauche absolut Munition, man. Sonst ist hier Game Over. Oh, was? Wir haben einen Hater. Ja, nice. Wenn die jetzt in den Tunnel kommen, wäre natürlich schon wieder Premium. Dann könnte ich hier schon den ein oder anderen holen. Dann werfen wir mal eine Schockladung. Aber ich habe halt nur noch neun Kugeln. Das heißt, wir lassen. Okay, jetzt muss ich mir Munition holen von dem. Und jetzt wieder hier weg. Okay, hu, 30 Kugeln wieder. Nice. Wir stehen 16-0. Die Nuke ist halt vielleicht schon wirklich möglich, wenn die jetzt hier ein bisschen mal zum Tunnel kommen würden. Ich muss hier drauf gehen. Ich muss drauf gehen. Okay, nice. Jetzt sind die hier im Haus alle drin. Den holen wir uns. Ist da noch einer? Oder ist der unten? Kannst du halt gerade nicht einschätzen, der ist oben, okay. Kommt da noch einer hoch? Nice, okay. Perfekt. Wir sind schon wieder kurz vor Hater. Okay, Hater ist da. Aber der ist da unten immer noch. Oh mein Gott. Kommt, den holen wir uns auch noch? Oh, wie er mich angehütet hat. Digga, geh weg. Ich darf hier nicht sterben, Mann. Okay, wir sind auf 22er. Das ist schon möglich, jetzt die Nuke zu machen. Acht Kills noch. Einer im Tunnel, den holen wir uns. Wo ist der? Nice. Holy shit, Mann. 23, 0. Sieben Kills, Mann. Let's go. Der hier außen, der gehört uns. Der gehört uns auf jeden Fall. Jo, perfekt. Sechs Kills noch. Komm, jetzt müssen die noch zum Tunnel kommen. Sechs Kills. Es sind noch 20 zu machen. Bitte zum Tunnel, Jungs. Okay, brutal. Fünf Kills. Es sind noch 15 zu machen. Bitte. Mann, Digga, ich find keinen mehr. Oh mein Gott. Hab ich da gejoked fast. Vier Kills sind noch 12 Kills zu machen. Komm schon. Bitte zum Tunnel. Alter. Ist das hier gerade anstrengend? Drei Kills noch. Alles klar. Zwei. Fuck my life, wenn ich das jetzt schaffe, ne? Komm, ein Kill. Ein Kill. Ey, ein Kill, Digga. Wo ist der? Nein. Komm, der muss jetzt mir gehören, der ist jetzt gekommen. Nein. 29er. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Pure Aggression sorgt jedes Mal für den Sieg. Ne. Wir spielen absolut noch eine Runde. Ich muss in der Lobby drin bleiben. Ey, das gibt's jetzt nicht, ne? Alter. Digga. Was? Dann kommt Exodus natürlich. Ne, wir machen absolut random. Ei, ei, ei. Ich hab gerade versucht, auf jeden Fall noch eine Runde zu spielen. Und es ist einfach nicht mehr möglich, weil dann wieder meine Dämpfung eingesetzt hat. Ich hab gerade noch eine halbe Stunde mit Unity Media gesprochen. Die sagt mir, es liegt wieder eine Dämpfung vor. Können Sie nicht absehen, wie lange es dauert. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Es war auf jeden Fall eine atemberaubende Runde, muss ich einfach wirklich sagen. Es war richtig krass. Schade, dass wir am Ende den letzten Käfig zu der Nuklea nicht mehr bekommen haben. Schaut auf jeden Fall gerne bei den anderen Videos vorbei, die jetzt hier gleich eingeblendet werden. Falls du mich noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. In dem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Genießt einfach das wunderschöne Wetter aktuell. In dem Sinne, bis zum nächsten Video und haut rein. Bis zum nächsten Mal.